Es begab sich vor rund einem Jahr, dass Lego die Amateurbaumeister der Welt zusammenrief und sie bat, das Thema Lego und Disney und 100 Jahre irgendwie zusammenzubringen. Das Ganze passierte in Ideas, war ein Wettbewerb und das, was wir hier sehen, beziehungsweise das, was wir hier eingeblendet sehen, das war dann das, was dabei rausgekommen ist bei dem Wettbewerb als Gewinner. Ja, und das, was wir jetzt hier in groß sehen, das ist das Set, das Lego jetzt am 1.10. rausbringen wird. Mit einigen Papiertütchen, ja, Fasspapier und eine Anleitung und keinen Sticker. 1.103 Teile für 9,99. Teilepreis 9,07 Cent. Straßenpreis bisher nur so etwas weniger bei 93, aber das kann sich ja noch vielleicht irgendwann ändern. Dass ich das heute schon zeigen kann, kann ich daran, dass Lego mir das vorab als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Jo, und ich hatte ja bei meinem News-Video schon gesagt, ah, insbesondere dieser Mickey, der gefällt mir nicht. Der gefiel mir zwar auch schon nicht so richtig bei dem Entwurf, aber hier gefiel er mir auf den Bildern noch weniger. Und habe auch gesagt, dass ich gespannt bin, ob es nachher im Original, wenn man es direkt vor sich sieht, vielleicht nicht mehr ganz so schlimm ist. Ja, was sage ich dazu? Hat sich nicht ganz so viel geändert. Es sieht auch im Original ähnlich aus wie auf den Bildern. Wenig überraschend, aber manchmal ist die Realität tatsächlich anders. Hier nicht. Warum schielt der so? Ich weiß es nicht. Und warum guckt der so hamstermäßig? Und warum sind die Hände so seltsam? Ja, Fragen über Fragen. Und das ist schade, weil das Gesamtensemble eigentlich so ganz interessant ist. So mit diesem, ja fast schon Messias-mäßigen Mickey, der sich dann unter sich und um sich herum so einiges an Berühmten und Berühmtheiten aus der Disney-Welt schart. Da hätten wir zum Beispiel Geppetto aus der Welt von Pinocchio. Der finde ich, ja, auch gerade durch das Gesicht, dieses Gütige mit der runtergelassenen Brille, das hat was. Ja, Vorder- und Rückansicht vom Gesicht, da muss man schon genauer gucken, aber er gefällt mir. Genauso wie Lilo aus Lilo & Stitch. Das ist die Dame hier. Die hat nicht so richtige Beine. Das liegt aber daran, dass sie, glaube ich, eher so einen Rock hat und zum Zweiten gleich noch auf einem Surfboard sich platzieren muss. Ja, da hat es dann wohl für die Beine nicht mehr so richtig gereicht. Aber auch sie hat ein zweites Gesicht und, das finde ich auch lustig, streckt uns die Zunge raus. Das mitgekniffene Augen. Bei dem Hirn hier, da muss man schon etwas genauer mal geguckt haben bei den neueren Filmen. Das ist nämlich aus dem Haus der Madrigals. Das ist Bruno. Also es ist Encanto aus dem Film und ein schöner Film, hatte ich auch schon erwähnt. Und wir sehen hier auch seine zwei Gesichter, gerade mit diesen Augen, die ja mit der Geschichte auch was zu tun haben. Ist cool geworden, aber sicherlich ist er jetzt auch nicht der Hauptdarsteller. Aber gut, ist vielleicht auch ganz gut mal, Figuren zu haben, die es so, glaube ich, vorher ja auch noch nicht gab. Bälle hatten wir schon mal. Sie ist zwar hier ein bisschen verändert, soweit ich es erkennen kann. Auch schön, wie die Locken da hinten fallen. Das finde ich schön, das Haarteil. Und sie lächelt gütig und lächelt etwas breiter gütig. Also die kann nur fröhlich, die kleine. Und ja, das war es auch schon mit den Minifiguren. Wir haben noch so ein bisschen kleinere Minifiguren. Das werden wir gleich sehen. Wir können nämlich den vorderen Teil abnehmen. Und dann sehen wir, ja gut, dann gucken wir erstmal. Bälle nochmal mit der Rose unterm Glas. Und hinten so eine Tür, da scheint das Licht durch. Und ich erwähnte ja schon, zum Glück keine Sticker, die sich hier in diesem Set befinden. Also auch die Rose da hinten ist zum Glück bedruckt. Leider scheint es nicht so richtig durch. Also das ist jetzt nicht so, dass man das so kirchenmäßig hat. Aber ja, ganz nett. Auch diese gebaute Gardine da. Ja, das Haus der Madrigas. Das ist ja mit ganz vielen Zimmern, die es ja in sich haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Finde ich, kommt nicht so rüber, wie ich es in Erinnerung habe. Da gibt es ja auch eigene Sets inzwischen von Lego. Und die sehen deutlich cool aus natürlich. Das ist ja ja auch nur ein Miniteil. Aber das ist irgendwie so zusammengewürfelt, fand ich. Das kam nicht so für mich rüber. Simba, der ist wiederum ganz schön. Der ist ja der König der Löwen aus dem Film Der König der Löwen. Für mich immer so ein bisschen erinnert er sich an mich, also mich das Ganze an Kimba. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, mit dem Königsfelsen, auf dem er da sitzt. So, Welle hauen wir da auch wieder hin. Damit sie auch am geeigneten Ort dann steht. Und da ist, das finde ich noch ganz schön, dass davor auch so ein bisschen Glitzer ist. Hinten haben sie so fast transparente blaue Steine gegeben. Damit das wahrscheinlich so ein bisschen durch diese Tür durchscheint. Aber das schirmt doch zu viel ab. Also, nee, da hätte man schon einen Leitbrick reinbringen müssen. So, das war der vordere Teil. Und der hintere folgt sogleich. Den Miki könnte man theoretisch rausnehmen, wenn ich da jetzt mehr fummeln würde. Der wird als eigenes, als Ende am Ende gebaut mit zwei Tüten. Da sehen wir nochmal Lilo jetzt auf ihrem Surfbrett. Da finde ich schön diese Welle. Einmal die Welle, auf der sie sitzt. Und dahinter noch der Rest der Welle. Mit so ein bisschen Krone, Wellenkrone. Also, das ist cool. Da, bei den Pins, da kommt dann der vordere Teil ran. Dann haben wir noch zwei weitere, Meer- oder Winni-Figuren. Das ist ja aus Ariel. Das sind Krabbe-Sebastian und Fisch-Fabian, die sich hierhin verirrt haben und da auf der Welle tanzen. Mehr aus Ariel ist übrigens nicht. Wir sahen ja vorhin beim Entwurf, da war ja auch noch ein bisschen was von Frozen zum Beispiel und von Cinderella. Das haben wir jetzt hier nicht dafür. Dafür aber aus Phantasia, dem Ur-Micky-Maus-Film, diese tanzenden Mischmops. Ja, und da sitzt denn auch Papa von Pinocchio auf dem Floß und wartet auf den Wal. Wenn ich mich recht entsinne. Genau, also, den hatten wir uns ja gerade eben schon angeguckt, den guten Geppetto. Da sehen wir, wie er da auf seinem Floß ist und hat noch was zum Zeichnen. Ja, und dann Micky. Das ist auch kein Sticker, zum Glück. Also, es bedruckt die Augen und der Körper ist vielleicht noch ganz okay. Aber schon diese komischen Hände, die auch sehr filigran sind. Also, wenn man die so ein bisschen, da sieht man schon so ein bisschen, die hängen immer nur an einer Noppe. Und wenn ich da zu sehr dran ziehe, dann fallen die auch sofort ab. Gut, kann man sofort wieder ran machen, ist ja auch kein Spielset. Aber nichtsdestotrotz, ja, war das manchmal ein bisschen nervig. Können das ein bisschen drehen, können also die Fingerchen leicht schließen. Aber die sehen irgendwie seltsam aus, finde ich. Und das Gesicht erst recht. Also, der Hut, der gefällt mir, um mal was Positives auch zu sagen. Aber das Gesicht hat so was Pausbackiges. Und nicht so richtig das Micky-Feeling. Auch diese komischen Tellerohren passen irgendwie nicht so exakt. Das war bei den Großfiguren, die wir von Micky und Minnie schon mal hatten, fand ich besser gelöst und sah cooler aus. Also, hier fällt es mir leider negativ auf. Gut, der Hut ist wieder schön, auch bedruckt mit diesen Sternen und dem Mond. Das gefällt mir dann wieder. Ja, und ich sagte ja schon, die Gesamtpose oder dieses Gesamtensemble als Idee finde ich nett. Beim Ursprungsentwurf fand ich das mit der Kutsche von Cinderella eigentlich noch ganz nett, dass der noch davor war. Aber gut, dafür haben wir jetzt eben auch was aus der neueren Zeit. Das ist für mich jetzt kein Hindernis, obwohl ich eben dieses Haus jetzt auch nicht so überragend finde. Da ist, ja, gut von hinten ist dann allerdings auch nichts mehr zu sehen. Was es noch zu sehen gibt, ist die Anleitung. Da gibt es unter anderem ein Bild von der Ideas-Designerin, also von der Fan-Designerin, die wir da haben, die Anna Chen heißt und wie wir sehen, großer Disney-Fan ist. Und da sehen wir nochmal ihren Entwurf. Da gab es noch die 100 auf der Brust. Und ich sage ja, da waren noch mehr Details drumherum, andere Märchen. Aber, ja, das ist für mich okay, so wie das angeordnet und welche das jetzt sind. Weil es sind ja keine Märchen zwingend, sondern, also, Filme. Magie aus der Disney-Welt. Jo, hier wird es nochmal erklärt, was ich gerade eben auch schon erzählt habe. Ja, hatten wir schon. Lion King hatten wir. Beauty and the Beast hatten wir. El Canto und Little Mermaid. Und Fantasia von 1940. Nö, alles abgehandelt. Da können wir nochmal durchblättern. Mehr Infos sind es dann auch nicht. Beim Bauen gibt es keine noch auf den Seiten. Und damit sind wir beim Fazit. Ich erwähnte schon grundsätzlich als Idee und als Grobdesign, finde ich es nett. Ich finde die Märchen nett, beziehungsweise die Filmchen, die angedeutet sind. Die Minifiguren sind cool. Teilweise auch wirklich neu. Und gerade mit diesen Wellen und so, das hat was. Aber Micky selber, ja, der gefällt mir nicht. Das ist halt, wenn man irgendwie halt gefühlt besser hinkriegen können. Aber wer sagt, wenn ich? Also ich nicht. Aber das ist jetzt vielleicht auch nicht der Maßstab. Preislich für Disney. Lego-Verhältnisse fast noch unterer Maßstab bisher. Bisher gibt es aber nicht großartig Rabatte. Da muss man mal gucken, ob sich das vielleicht noch in den nächsten Monaten ändert. Dann wird das vielleicht auch nochmal interessanter. Aber es ist auch eine Sache, die recht filigran ist. Also es gibt gerade bei den Fingern, wenn man dagegen kommt, fallen die auch gern mal ab. Recht schnell. Aber es ist ja auch nur ein Hinstellmodell. Also da ist ja nichts zum Spielen, was gedacht ist. Bauzeit sind so drei Stunden. Zweieinhalb. Dann ist man damit allerdings auch durch. Jo, wir sind auch langsam durch. Was sagt ihr denn dazu? Ist das jetzt was, was euch interessiert? Findet ihr den Micky so gut oder gerade nicht? Und ja, oder geht das euch einfach, also ist es euch einfach egal? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Na ja, von Ferne geht es fast. Aber das soll ja auch nicht der Maßstab sein, oder? So, bis bald dann. Und tschüss. Dank an Lego übrigens für das Rezensionsexemplar.